Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist im neuen Jahr 2024. Ich lade dich ein zu einer weiteren Lichtlesung aus dem Lichtwelt Verlag, empfangen durch Jan Johannes Kassel, Botschaft von Babaji, was kommt 2024, 1. Januar 2024. Schön, dass du dabei bist. Was kommt 2024, Botschaft von Mahabharata Babaji. Flug in die Freiheit. Zügig nehmen die Entwicklungen ihren Lauf, zügig kommen wir im Aufstiegsprozess voran und zügig entfaltet die Menschheit ihre Flügel zum großen Flug in die Freiheit. Ich bin Babaji. Ewiges, unendliches und allgegenwärtiges Bewusstsein auf allen Ebenen des Seins. Ich bin bei euch an allen Tagen. Nichts und niemand ist von meiner Liebe ausgeschlossen. Jedes Leben wird von meinem Licht berührt, so es diese Berührung denn erfahren möchte. Jedes Leben ist in meiner Obhut, so es sich in meine Obhut begeben möchte. Jedes Leben erhält meine Begleitung, auf Himmel wie auf Erden, so es sich dieser Begleitung als würdig erweist, da das Herz mit Sehnsucht nach Gott erfüllt ist. Dynamik Geliebte Menschen Das sich jetzt vor euch ausbreitende Jahr 2024 hebt die lichtvollen Impulse, die ihr bisher gesetzt habt, auf eine neue Stufe. Was in den vergangenen drei Jahren angedeutet wurde, was sich an Freiheitsdrang und spiritueller Sehnsucht in euren Herzen entwickelt hat, das erhält von nun an sichtbar seinen Platz auf dieser Welt. Wir betreten eine neue Phase im Prozess des Aufstiegs. Das unübersehbare Anzeichen dafür ist, dass sich immer mehr Menschen ihrer Macht und Kraft bewusst werden und dass sie sich nicht mehr unterkriegen, klein machen oder ausspielen lassen. In den vergangenen drei Jahren habt ihr oft das Spiel gewendet, oft Schaden von euch abgewandt und oft den lichtvollen Wegen, auch wenn es sich aussichtslos erschien, den Weg bereitet. Ihr habt durchgehalten, seid aufgestanden und habt den Regierenden gezeigt, dass ohne euch weder ein Staat noch eine intakte Gesellschaft zu machen ist. Ihr habt bewiesen, dass ihr zur Tat schreitet, dass ihr euch zu erkennen gebt und dass ihr mit eurem Licht nicht mehr hinter dem Berg haltet. Ihr habt euch zu mutigen, tatkräftigen und widerstandfähigen Lichtkriegern entwickelt und so können jetzt die Ereignisse eintreten, die euch vorherbestimmt sind, aber nicht immer vorhergesagt wurden. Das Jahr 2024 Das Jahr 2024 ist das Jahr, in dem sich Entwicklungen verfestigen und die Pflöcke, die jetzt eingeschlagen werden, Bestand haben und die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, die Zukunft bestimmen. Das Jahr 2024 ist das Jahr, in dem sich individuelle und kollektive Entscheidungen verfestigen, wobei sich die Folgen dieser Entscheidungen unmittelbar manifestieren. Das Jahr 2024 macht deutlich, welche Zeitlinie ein Mensch gewählt hat und wodurch sein Leben von nun an bestimmt ist. Das Jahr 2024 ist für die einen voller positiver Entwicklungen und lichtvoller Wunder, während die anderen an der Welt verzweifeln und sich dem Weltuntergang nahe sehen. Die Konsequenzen deiner Wahl Wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wird die Trennung von Welten im alltäglichen Leben sichtbar. Behütet von Gott und getragen von der Vorsehung oder verunsichert und ängstlich auf die Zukunft starnt. Das sind die Konsequenzen deiner Wahl. Sich dem Leben, sich selbst und Gott öffnen zu können oder verschlossen zu bleiben und in der Hölle der selbstgemachten Hölle weiter zu vegetieren. Das sind die Konsequenzen deiner Wahl. Auf gesellschaftspolitischer Ebene kommt es im Jahre 2024 zu gravierenden Umstellungen. Die Macht der alten Machthaber schwindet weiter und erreicht einen Nullpunkt. Die Menschheit fordert Lösungen und sie ist zu immer größeren Teilen nicht mehr bereit, die Bauern am Spielfeld darzustellen. Dies führt zu panischen Aktionen der Mächte, die das Spiel bisher dominierten, Aktionen und dies wurde wiederholt angekündigt, die Verwerfungen auslösen und viele Menschen dazu verleiten könnten, dem Weltuntergang das Wort zu reden. Das alte System erreicht den Kipppunkt und vieles, was für die Ewigkeit gebaut schien, wird der Erde gleich gemacht. Es wird von Gott eingeatmet, damit das Lichtvolle Neue entstehen kann. Die Pläne, die Menschheit noch mehr zu unterdrücken, sie noch mehr zu überwachen und sie in einer bisher unerreichten Dimension fremd zu bestimmen, erfüllen sich für die, die diesen Weg wählen. Nicht aber für jene Lichtkrieger, die für ihre Freiheit einstehen und tatkräftig das neue, lichtvolle Zeitalter manifestieren. Diese zwei Ebenen existieren und werden von euch selbst gewählt. Einheit bewahrt die Freiheit. An diesem Punkt ist es entscheidend, dass sich die Menschen jetzt zusammenschließen, dass ihr eure Meinungsverschiedenheiten beilegt und gemeinsam an einem Strang zieht. Nur die Einheit wird euch auf die lichte neue Erde katapultieren und durch die Einheit könnt ihr den Angriffen auf eure Freiheit jetzt widerstehen. Ich sage euch, ihr seid erprobt, ihr seid am guten Weg. Verstärkt die Anstrengungen in diese Richtung und schenkt den Unterschieden weniger Bedeutung als dem, was euch in Wahrheit eint und verbindet. Jede lichtvolle Aktion steht unter meinem Schutz und jeder Mensch, der lichtvoll auftritt, befindet sich in meiner Obhut. Projektionen, die lichtvoll in die Welt strahlen, gehören von nun an in die Zukunft. Und das Jahr 2024 wird euch das eindrücklich vor Augen führen. Bekämpft keine Windmühlen. Ignoriert das Böse nicht. Blickt unverwandt hin und lasst es wie eine Karawane an euch vorüberziehen. Steigt nicht mehr auf Provokationen ein, denn davon wird es viele geben, sondern verlasst euch auf eure eigene Kraft und Stärke. Kämpft nicht gegen Windmühlen, sondern bringt eure Fähigkeiten dort ein, wo sie gebraucht werden. Um mit eurer einmaligen Genialität Lichtvolles zu erschaffen. Werdet ihr angegriffen, zieht eure Lehren daraus, ohne euch selbst zu verstrecken. Achtet darauf, wo ihr euch einmischt, damit ihr nicht werdet, was ihr bekämpft. Wendet jeden Schaden zum Guten, indem ihr den Sinn darin erkennt. Destilliert aus jeder Erschütterung unerschütterliche Weisheit und bleibt euch selbst treu und Gott immer ergeben. J.J.K., was ist denn im Einzelnen zu erwarten? Werden wir noch größere kriegerische Auseinandersetzungen erleben? Was ist mit der EU und wohin geht Deutschland? Babaji, wie in unterschiedlichen Botschaften angekündigt, es wird niemals zum Äußersten kommen. Weder die Erde noch eine ihr verwandte Welt wird untergehen. Alle Ereignisse führen zur Erhebung und nicht zum Untergang. Merkt wohl, wer das Leben gewählt hat, dem wird das Leben zuteil. Die EU Das politisch zusammengewürfelte Europa hat keinen Bestand. Die Zersetzungserscheinungen werden überdeutlich sichtbar. Immer mehr Staaten emanzipieren sich, neue Allianzen entstehen und es ist nur eine Frage von kurzer Zeit, bis das Ende dieser Institutionen ausgerufen werden muss. Deutschland kommt die Rolle zu, sich selbst wiederzufinden. Sich selbst, seine Größe, sein Selbstbewusstsein und seine spirituelle Kraft wiederzuerlangen. JJK, ich frage mich oft, warum es so wenig Widerstand gibt bei unseren Nachbarn oder übersehe ich da etwas? Deutschland, Babaji, es gibt großen inneren Widerstand. Die Menschen dieses wunderbaren und für das spirituelle Erwachen der Menschheit maßgeblichen Volkes haben mit ihren Anführern unendliche Geduld. Sie können sie ertragen, sie können sie ertragen, sie können ihre Taten erdulden, sie können ihre Bösartigkeit bis zur Selbstverleugnung tolerieren. Und während dies geschieht, ereignen sich die inneren Prozesse der Klärung. Auf diese Weise gelangt der deutsche Mensch zur inneren Gewissheit. Sobald das Bild über einen Umstand vollständig ist, stehen die Menschen auf und niemand kann und wird sie aufhalten können. Diese Erkenntnis muss reifen und sie reift mit jedem Tag mehr. Das erwachte und von Selbstzweifel befreite Deutschland hat einen zentralen Platz in der euch verheißenden Zukunft. Das Land der Dichter und Denker wird zu Land der spirituellen Weltenlenker. Dieser Zukunft gehen wir entgegen. Manches Hindernis ist bis dahin noch zu überwinden, jedoch am Ende wird Deutschland alles meistern und zu sich selbst, zu seiner eigenen und wahren Identität zurückfinden. Zusammengefasst für das Jahr 2024. Erstens, Kriege führen niemals zum Äußersten. Die Erde bleibt erhalten, wie die Menschheit erhalten bleibt. Zweitens, individuelle und kollektive Entscheidungen wirken sich aus. Das goldene Zeitalter für die einen, Verstrickungen und Untergangsszenarien für die anderen. Drittens, Zerstörung, Angstpropaganda und Freiheitsanschränkungen werden von den alten Mächten als letztes Mittel zum Machterhalt eingesetzt. Die erprobten Lichtkrieger kennen ihre Kraft und wissen um ihre Macht. Die Übernahme der Menschheit scheitert. Viertens, lichtvolle Projekte und lichtvolle Menschen finden neue Wege der Gemeinsamkeit. Das Trennende wird überwunden, das ein Ende wird gefunden. Reife auf Gott ausgerichtete Menschen bewirken den Umbruch. Fünftens, jedes lichtvolle Projekt unterliegt dem göttlichen Schutz. Die Weichen sind gestellt, geliebte Menschen. Die Weichen für die Zeit nach dieser Zeit sind gestellt und das sind Weichen, die in unterschiedliche Richtungen führen. Zählst du auf Gott oder schlägst du eine andere Richtung ein? Wohin leitet dich die Sehnsucht und was willst du noch erfahren? Wer schaut dir entgegen, wenn du in den Spiegel blickst? Welche Reise trittst du an? Dies allein bestimmt das Jahr 2024 und die Zeit weit darüber hinaus. Zeige dich von deiner wahren Seite, erschaffe das Gute und bringe das Licht. Niemand kann dich davon abbringen, solange du dem Leben dienst und Gott gehörst. Geliebt und geehrt bist du. Bestätigt werden deine Taten. Bekräftigt werden deine Aufträge. Gestärkt wirst du in deinem Sein. Abschied, Aufbruch, Aufbruch, Ankunft. Es geschieht mit, in und durch Gott. Ich bin Babaji. Danke, danke, danke an dich, an Babaji, den Lichtweltverlag. Segen für dich und für die Liebe und das Leben. Deine Daniel .